kurzum gesagt ich könnte heulen das ist echt nervig mit dem zeug hier das ist jetzt da ist noch was da ist noch was da ist überall noch was ist aber den körper und wenn mich nicht alles täuscht ist dass ein kartoffelkäfer auf dem spielhaus habe ich auf den kartoffeln meiner oma früher abgesammelt und immer ein groschen für bekommen geschäftsinn war schon immer da